Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde und zwar mit Discord-Bots. Heute mit zusätzlichen Loops. Also ich meine, Schleifen sind ja eigentlich nichts Besonderes, aber asynchrone Schleifen sind ein bisschen was Besonderes und vor allem asynchrone Schleifen in Discord-Bots sind doch mal ein kleines bisschen was anderes. Denn die Dinger laufen sozusagen parallel, während alles andere noch läuft. Dazu brauchen wir eine Bibliothek, die ich euch in der Python-List auch schon vorgestellt habe, nämlich asynch.io. Asynchroner Input-Output, deswegen io. Man kann es von mir aus auch asynchio aussprechen, tut was ihr wollt, aber zwingt mich nicht dazu. Ich weiß, dass manche hier das ganz gerne sagen. Okay, und was wir machen wollen ist folgendes. Wenn wir uns mit unserem Bot eingeloggt haben, das ist dieser Event hier, dieses onReady, wenn wir das gemacht haben, dann wollen wir eine gewisse Aufgabe permanent machen. Und zwar, wir wollen in diesem Fall einfach nur was ganz Einfaches machen, zum Beispiel unseren Status durchwechseln, also von unserem Bot. Das ist nur ein Beispiel. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel benutzen, um regelmäßig nachzugucken, wie viele Leute gerade bei euch online gekommen sind oder regelmäßig nachzugucken oder zum Beispiel Musik abzuspielen oder in regelmäßigen Abständen zum Beispiel eine Erinnerung rauszuschicken an Leute. Solche Sachen kann man wunderbar machen. Also zum Beispiel Meeting-Erinnerungen, sowas habe ich neulich mal gebraucht tatsächlich. Und jetzt können wir hierher gehen und sagen, okay, wie machen wir das? Nun, wir bauen uns eine Loop für unseren Client und das machen wir über client.loop.createTask. Ihr seht, über client.loop gibt es noch einige andere Sachen, zum Beispiel time, close, stop, removeReader, addReader, SignalHandler, addWriter und so weiter und so fort. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, das Ganze einfach nur über einen Task zu machen, denn dort könnt ihr eigentlich so ziemlich alles machen, was ihr braucht. So, und was machen wir hier? Naja, hier kommt eine Funktion rein, die wir aufrufen. Und diese Funktion, die müssen wir erstmal noch schreiben. Das heißt, wir sagen hier unten einfach mal, wir definieren uns eine Funktion, eine asynchrone Funktion, die muss asynchron sein, dev, sagen wir einfach mal changeStatus. So, und was wir hier drin machen, das ist ganz einfach ein while true. Das heißt, hier kommt die eigentliche echte Schleife rein, die müssen wir schon noch selber schreiben. Und in unserem Fall machen wir jetzt hier einfach ein, wir probieren, unseren Zustand zu ändern, also awaitClient.changePresence. Das ist quasi das, wie unser Aussehen auf Discord ist, wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich. In unserem Fall können wir hier ganz einfach sagen, wir wollen unsere Activity setzen auf Discord.activity. Und was für eine Activity das ist, das können wir hier drin bestimmen. Nehme ich einmal ein Type. Ich mache das mal weg hier. Die Activity soll sein Type.ActivityType. Punkt, hier könnt ihr euch angucken, was ihr hier haben wollt, also zum Beispiel Custom, das wäre die eigene. Dann Actual CLS, das ist was anderes, das, ihr seht hier hinten, den ActivityType brauchen wir. Das ist, das hier ist ein ActivityType, also Playing, dass ihr zum Beispiel irgendwas spielt. Unknown, Competing, Listening, das wäre das, was man schon bei Spotify zum Beispiel gesehen hat. Streaming und zum Beispiel das, was man hier, ähm, ich weiß gar nicht, wo das genau war. Watching und so weiter und so fort, kann man alles nehmen. Wir nehmen jetzt hier mal Watching und sagen Name, äh, Name ist gleich, ähm, guckt ein Tutorial, äh, Tutorial von Morpheus. Danke an Infinity. Er hat nämlich, jetzt muss ich ganz kurz ein Shoutout hier raushauen, 7, 9, äh, 7, 0, 9, 8. Ich habe keine Ahnung, ob du jetzt gleich mega viel Spam bekommen wirst, wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall mal hier meinen Dank aussprechen, ähm, weil er hier tatsächlich das Ganze zusammengetragen hat, was er gemeint hat oder was ihr alle gemeint habt, was noch in dieser Reihe fehlt. Und er hat hier quasi einfach alles wirklich so aufgelistet. Schön gesagt, ey, das fehlt noch, mach dazu bitte was. Dazu kommen häufig Fragen, weil ich kriege das einfach nicht alles mit, weil einfach auf dem Discord so viel abgeht und ich nicht so lange und so viel dort sein kann. Das heißt auf jeden Fall, wenn ihr sowas auch machen wollt, beschreibt mir gerne, weil ich bin, ich bin mega auf euch angewiesen. Ich muss rausfinden, was fehlt euch noch am meisten, wo hängt ihr am meisten und wie kann ich euch das Leben vielleicht leichter machen. Und in dem Fall ein riesen Dank Infinity. So, ähm, und dann wollen wir natürlich noch den, ähm, den Start, State setzen. Doch, das war schon richtig, ähm, Discord Punkt, ups, Punkt, äh, Status Punkt Online. So, ähm, und das machen wir dann mal wieder in eine Zeile. So gefällt mir das besser. So, das war jetzt quasi nur ein Statuswechsel. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum dieses rote Ding da ist. Naja, wir müssen natürlich noch eine Exception reinmachen. Und zwar sagen wir hier Exception Pass. Und dann sagen wir hier, wir machen nochmal ein kleines bisschen warten. Also, await async.io.sleep. Dann sagen wir mal eine halbe Minute. Wobei, sagen wir keine halbe Minute, sagen wir 10 Sekunden warten wir. Sonst müsst ihr so lange nachher auch warten, bis wir was sehen. Dann sagen wir Client Punkt Change Presence. Und, ähm, Activity setzen wir dieses Mal einfach auf. Äh, Discord Punkt, und hier vielleicht noch kurz der Einschub. Es gibt natürlich nicht nur die Discord Activity, die wir hier gerade gemacht haben. Sondern wir haben auch noch, wir können das hier hinten sehen, was für einen Typ wir haben. Discord Punkt Activity, Discord Punkt Activity gibt es hier unten auch. Discord Punkt Game ist auch möglich. Ähm, ja, welches Spiel spielen wir denn gerade? Naja, wir spielen das, ähm, das Dollar Help Game. Weil Dollar ist unser, ähm, wo ist es, ist unser Prefix, den ich hier gesetzt habe. Und, äh, das kann man auch so machen, wenn man das möchte. So, hier kann man sogar noch einen Status ranhauen. Das heißt, äh, Status ist gleich. Moment, eigentlich müsste das hier oben auch Status heißen. Status ist gleich. Ähm, Discord Punkt Status Punkt, ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Was machen wir denn? Machen wir online, ist glaube ich das Sinnvollste. Ähm, weil die anderen Sachen wären natürlich doof. So, und was machen wir hier danach? Naja, wir sagen hier nochmal Await AsyncIO Punkt Sleep 10 Sekunden. Und jetzt sehen wir gleich, was das alles tut. Also, zunächst einmal, was haben wir gemacht? Wir haben eine Schleife eingefügt. Und zwar, sobald der Bot erstellt wird. In dieser Schleife sagen wir, für immer. Also, Wildschuh, mach folgendes, beziehungsweise versuch folgendes. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann lass es halt sein. Solange es funktioniert, mach, setz deine Activity, also deinen Zustand auf Discord auf. Guck dein Tutorial von Morpheus mit dem Danke an Infinity. Und es ist trotzdem immer noch online. Und dann, warte 10 Sekunden danach. Geh nochmal her und setz deinen Status auf Dollar Help. Und setz dich ebenfalls auf online. Und dann mach wieder 10 Sekunden Pause. Und dann fang wieder oben an, weil wir hier dieses Wildschuh haben. Das heißt, mach wieder den Zustand hier drauf. So, und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, wie das aussieht. Muss ich natürlich erstmal einloggen. Und, ah ja, das wollte ich noch machen, richtig. Wir haben ja erstmal jetzt hier die Funktion erstellt. Sorry, das habe ich ganz vergessen. Wir haben die Funktion erstellt, aber wir haben sie im Task noch nicht eingeführt. Das heißt, oder noch nicht reingepackt. Das heißt, wir haben die Funktion eigentlich noch gar nicht ausgeführt. Und das müssen wir natürlich auch noch machen. So, und jetzt haben wir uns eingeloggt. Und schauen mal ganz kurz in Discord nach. So, weil ich ganz kurz erst noch Discord wieder auf diesen Bildschirm holen musste. Hier sehen wir es. Guckt ein Tutorial oder Watching. Guckt ein Tutorial von Morpheus. Dank an Infinity 7098. Und das steht jetzt hier für 10 Sekunden. Achtung, gleich aktualisiert sich das Ganze wieder. Jetzt steht hier Playing Dollar Help. Ihr seht, was das Ganze macht mit euch. Hier sehen wir Playing a Game. Also, das ist eben dieses Zustand, dass es ein Spiel ist. Und dass er gerade in-game ist. Und das ist jetzt eben kein Spiel in dem Sinne, sondern Watching. Das ist dieses Guckt. Also, dieses Sekunde, was wir hier geschrieben haben. Nein, das war das Falsche. Das wollte ich haben. Dieses Activity Watching. Das ist quasi das. Wir könnten hier auch online machen, aber Watching passt hier einfach viel, viel besser. Solche Sachen kann man hier natürlich alle machen. Aber, was das Tolle dabei ist, das hört niemals auf. Also, das geht immer hin und her. Das pendelt sozusagen, weil wir das Ganze in einer Schleife geschrieben haben. Und hier, wie gesagt, könnt ihr natürlich auch Sachen machen, wie Auswerten von irgendwelchen Daten. Irgendwelche Sachen berechnen, die dann im Hintergrund wieder in eine Datenbank geschrieben werden. Und so weiter und so fort. Also, ihr müsst da nicht für alles, was man irgendwie automatisch machen könnte, müsst ihr nicht auf einen Befehl von außerhalb warten, sondern ihr könnt hier einfach tatsächlich eine Schleife schreiben und dann einfach sagen, jo, ich mache das halt periodisch. Das geht genauso. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.